Peter ist scheiße und hat nen kleinen, richtig kleinen Penis in der Hose, den er immer versteckt, weil's ihm peinlich ist. Boah, Peter! Mach keinen Scheiß jetzt hier. Boah, ich bin so eine dumme Hure. Nein! Ich hab nichts gesagt. Boah, Peter, so schön ist er jetzt nicht gewesen. Inkompetent, Peter Smetze! So ein kleines... Spastik. Scheiße, hast du gesehen? Nein, du bist so ein Assi. Ich bin ein Assi? Wo ist er denn? Oh, nö. Hast du mich verarscht? Hier bin ich... Ja, hab ich dich. Ah, verdammt, da ist er! Nein, du bist so eine Hure! Das ist so ein Scheiß-Tricksein. Boah, das kann echt nicht wahr sein, ey. Boah, ne, komm, Peter. Peter, du Hure! Moment, lass mal kurz drüber nachdenken, ob wir überhaupt versuchen... Alter, scheiße, die Pfeile gehen auch in die Richtung. Weh, du schlägst mich jetzt runter, Hadi. Okay. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. So, warte mal. Ne, ich glaube, hier muss er... Boah, Peter Smetze! Oh, sorry. Ich hab' den verrechts in der Hölle. Nee! Peter, verkeh' den Wuschieswitz! Boah, wieso kann sie mich denn von da unten treffen? Scheiß! Leute! Lass mich da raus! Ach, du bist so ein Ficker. Boah, Peter, ey. Weißt du, du ziehst das hier aber auch wieder in die Länge wie so... Ja, herzlichen Glückwunsch! Ja, toll, Peter, du hast mich runtergeschlagen! Warum machst du das Ding auch zu? Weil du mich geschlagen hast! Ach, komm, Alter! Was ist das für ein Homosprung, ey? Ich kann jetzt nicht erklären, warum dieser Sprung gerade homo... Boah, Peter! Fucking Hurensmitze, ey! Er hat das geschafft. Möglicherweise. Er hat tatsächlich geschafft. Nein, du bist so eine Hure! Boah, bist du ein Stück Kot, ey. Das kann echt nicht wahr sein. Ah, lustig, lustig! Tralalalala! Wo bist denn du? Ach, du bist so ein Stück Kot! Hör doch mal auf damit! Oh mein Gott, du bist so scheiße. Oh Mann, ey, wie macht man den Sprung, ey! Ja, guck, wie kann man nur so inkompetent sein! Ach, komm, Peter! Halt doch deinen Maul, ey! Der Sprung ist voll einfach, hundert von mir. Ach, Peter Smits, ey! Du bist so ein Wichser. Hast du wieder nicht... Boah, Peter, ich lass doch die Scheiße sein! Das führt doch zu nichts! Ach, du weißt, was dich jetzt so vor der wartet, ne? So! Wieso kommst du wieder runter? Alter! Ja, weil ich runtergefallen bin. Boah! Ja, Peter! Boah, ich schaff den Sprung einfach nicht! Ich wusste es! Niemals! Das gebe ich jetzt nicht her, du Arsch! Guck mal, wir haben schlagen jetzt! Wuuuuh! Peter, fuck! Nein! Nein! Warum tust du das denn?! Ja, warum tust du das denn?! Warum schlägst du mich, wenn ich da oben bin?! Boah, jetzt müssen wir nochmal machen! Ja, echt mal! Boah! Das war ja schon die nächsten Scheiße! Weiß ich! Weiß ich! Ich hätte schon den Sprung am Anfang an machen können! Das ist so ein Sprung da unten, ey! Oh, nö! Schatz, jetzt kann ich nicht mehr richtig springen! Mann, ich muss mich kurz beruhigen! Okay! War knapp! Das ist krass! Boah, Peter, du bist so scheiße, wa? Nein! Peter! Was machst du denn?! Nix! Boah, ist das schlecht, einfach nur euch zuzugucken! Dennis D. Hartwig! Jetzt lass deine Inkompetenz nicht an mir aus! Jetzt spring! Okay, sofort! Ja, ja, okay, jetzt nehm ich Anlauf! Nein! Oh Mann! Wie scheiße du bist! Er guckt da nach unten! Ich schaff Boden! Guckt da nach unten nach Boden! Boah! Boah! Peter, ey! Das kann nicht dein Ernst sein! Fick dich! Peter, huh ins mit! Kleine Nutze! Komm mal, jetzt mach ich doch mal! Ja echt mal! Du kannst nix einfach nur! Peter hat euch lieb! Nein! Nein! Oh! Ja! Nein! Nicht? Boah, ist das schlecht von euch beiden, ey! Wo ist er? Boah! Boah! Scheiße! Kann ich dir mal kurz irgendwie ein Baguette machen oder sonst vorn nicht? Brot machen! Nein! Wieder nicht geschafft! Ach komm Peter, wir lassen jetzt beide unsere Finger von dem Schalter! Okay! Ach! Lüge doch nicht! Du bist so ein Lügner! So ein... Du hast sogar voll doch ja okay gesagt, ey! Du bist so ein Lügnerer, ohne Scheiß! Ein Lügnerer, Junge! Ja! Lügner Rock! Lügnerischer Mongolese bist du ganz einfach! Ja! So ein Mongol einfach! Boah! Du Hure! Das war für deine Lüge! So! Jetzt fass ich diesen Schalter nicht mehr an! Und wenn du den Checkpoint halt ohne Erspringen erreichen kannst... Peter Smitzler! Was macht er doch mal? Ohne Spaß! Wir fangen gleich die Eier von lange weiter ab! Ja, Peter! Peter! Ja, Peter! Ja, Peter! Ja, der Peter hats gemacht! Ja, guck, von wegen Peter, Junge! Ja, aber ich mach' ich auch nur, weil du so'n Arschloch bist! Guck mal, Peter! Peter, weihle dich! Ohhhh! Warte! Warte, ich hab'n doch gemacht! Nur hab ich den geschafft! Ohhhh! Oh ne! Oh, wie kann man so dumm sein! Wieso sprichst du eigentlich jedes Mal wieder zurück! Ich versteh' das nicht! Weil ich das unser Verpisprung nicht schaffe! Ich verstehe, wenn ich dein komisches Spatzen hier dann einfach! Ähhh! und spaß wenn ihr hier mit euch in welchem spielst das ist auch nur scheiße und kopf das kann echt nicht wahr sein da sind zwei vierer sprünge drin aber zweifeln hier dran und dann wir haben es geschafft wir sind die leitersprünge und nein das habe ich auch nicht jeder zwei bilder ich habe ihn geschoben ich habe ihn nur ein bisschen geschoben ich habe ihn nur ein bisschen geschoben ich habe ihn verstanden das war nicht klar das war nicht klar das war nicht klar